hallo und herzlich willkommen zu diesem nächsten trolling video ich dachte mir ich drehe den spieß einfach mal um und ärgere die user ein bisschen dass ich einfach keinen bock habe auf supporten ich bin ja mod schließlich muss ich ja nicht immer supporten und das ist ja auch ein bisschen langweilig also halt in real life nicht aber das leg ich gleich so ein bisschen so aus und da gucken wir doch mal wie die user darauf reagieren wenn ihr so ein format feiert und da gern häufiger was von sehen möchtet dann lasst doch gern mal ein like da oder kommentiert mit nächsten ideen die user ein bisschen ärgern können oder halt die supporter oder mods abfacken lasst gerne einen kommentar dafür da dann krieg ich das bestimmt mal hin und jetzt warten wir einfach mal ob jemand bei euch kommt bin ich mal gespannt jetzt schreibe mich ein mod an ok wer ist das ok wir gucken mal was der möchte was kann ich für dich tun habe kurz erst mal eine frage warum ist deine stimme so tief hast du irgendwie so stimmt ich bin schon ein bisschen älter meine stimme mein mikrofon ist ein bisschen kaputt sorry ok ok kannst du später auch wieder kommen weil ich habe jetzt gerade gegessen hat mich so bock wie irgendwas zu tun ja doch ich muss jetzt aber ich werde ich das unbedingt fragen wegen sky wars ja ich habe jetzt ehrlich gesagt auch nicht so viel los kommt bitte ähm ne doch du bist moderator muss tschüss oh gott oh man der arme wie schnell kommt der wieder ne ich habe keine lust ich warte jetzt das sehe ich gar nicht ein du musst mir helfen ich leite das an einen anderen hero weiter einen anderen hero was will sollen die dann machen die können die mitglieder anschreiben ja aber ich glaube nicht dass es so schlimm ist wenn so ein hero jetzt also die aussagigen aussagen wenn ein hero jetzt sagt ja der hat ein bisschen scheiße gebaut das stehen die hat mir denen ich glauben weil ich bin halt mod und das ist halt was anderes du hast auch eine sehr hohe stimme da bist du noch gar nicht im stimmbuch gewesen so das ist ja mir ja lass mich doch jeder war mal jeder war mal jünger wie alt bist du sechs sieben zehn ah zehn ja dann komm einfach noch mal wieder wenn du zwölf bist und dann supporte ich dich auch tschüss er kommt einfach immer wieder also erstmal respekt an ihn typ wenn du das siehst äh wie heißt du marius wenn du das siehst sorry dafür aber erstmal props an dich dass du jedes mal wieder ins support kommst und es immer wieder versuchst so jetzt reicht's mir jetzt hilfst du mir nein ich helfe dir nicht du nervst ich habe schon einen hero angeschrieben ach komm tschüss ich habe da auch keine lust drauf oh man der arme ich habe ihn jetzt für support missbrauch gewandt hey wake up hä was so ich habe jetzt auch eine vpm reingemacht und wenn du mich jetzt hier banst du sollst mir jetzt helfen du weißt dass vpn nutzung verboten ist ja und du musst mich supporten ja ich bin mod ich muss gar nichts äh ich soll leute auf dem server banen und das reicht eigentlich auch schon aus und die support haben wir gerade keine zeit darum bin ich ein bisschen hier aber du siehst du ja selber im support schon ja deswegen musst du jetzt nicht supporten ich möchte jetzt auch die frage stellen ja mein gott dann stell dir eine scheiß frage ja und zwar habe ich ganz viele coins ich habe jetzt schon 150 coins in der lobby und möchtet mit der phone in skybox ja das weiß ich nicht äh guck mal hier ist sogar jemand der werbung gemacht cool ähm nee das sehe ich gar nie ein jetzt das ist ja eine unverschämtheit es reicht mir nein ich habe es mir machen jetzt hier schon seit 10 minuten und es kann halt einfach nicht sein dass du mich hier nie ordentlich supportest ich werde auch um Gott der arme warum würdest du dich denn jetzt du hilfst hallo ja ich bin da ich muss dir niesen entschuldigung nee du hast du keinen anstand oder so nee ja doch aber ich habe gerade gegessen kennt es ist draußen warm ich habe gerade gegessen ich bin müde du hilfst mir jetzt du sagst jetzt wie ich die coins aus der lobby in skybox bekomme ähm drück mal alt f4 ja warte wo ist alt auf der tastatur ähm links von der leertaste und dann drückst du f4 das ist oben so eine taste und dann hast du auch op auf dem server hey jetzt hat sich mein minecraft geschlossen ist das richtig so tschüss wer ist das ich war ja die kleinen so oh ist der bringt sich auch kommen jetzt geht er mir gerade selber auf den sack ja ich glaube ich löste das mal auf oh man der arme warte mal ich mache den still verzerr mal kurz aus hallo so wer bist du hallo hi sorry es tut mir voll leid ich mache youtube wer bist du und ich habe ähm dich so ein bisschen verarscht es tut mir richtig leid bist du mir arg böse ich supporte dich natürlich gleich sehr sehr gerne weiter ähm es tut mir voll leid aber du warst der perfekte Kandidat du hast erstmal Respekt an dich wie oft du einfach wiedergekommen bist ohne auch nur in der Wimper zu zucken mit der VPN unterheilen wir uns gleich nochmal wenn das Video vorbei ist aber ähm selbstverständlich erbanne ich dich gleich natürlich mit deinen ganzen anderen Accounts wieder aber okay aber mein minecraft hat sich jetzt noch geschnappt ja sorry das tut mir leid das wollte ich nicht ich hoffe das ist jetzt nicht arg schlimm für dich oder so nein aber du hilfst mir ich helfe dir gleich natürlich ich beende kurz das Video und die Aufnahme und dann und du hast übrigens keine Kinderstimme oder so alles gut okay danke gut ich beende kurz das Video und dann supporte ich dich gleich ja kleinen Moment bitte okay äh so Leute das war's an dieser Stelle ich hoffe es hat euch gefallen ich muss mich gleich erstmal bei dem bei dem 10-jährigen entschuldigen nicht so so trotz wenn es euch gefallen hat und ihr solche Videos feiert lasst doch gern ein Like und einen Kommentar da würde mich sehr freuen ansonsten verabschiede ich mich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen sehr schönen Tag ciao